Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Video von Camby. Heute zeige ich euch von den unterschiedlichen Herstellern die Bildqualität und die Web-Oberfläche. Angefangen mit der Reolink, hier habe ich schon mal ans camby.de rangezoomt, mit vollem Zoom. Die Kamera hat 4K, muss ich aber leider sagen, dass die Bildqualität keinem 4K-Kamera entspricht. Hier kann man zum Beispiel bei der Dahua gut erkennen, die ist jetzt auch auf firstem Zoom. Weiter geht leider nicht, aber man erkennt, dass sie ziemlich scharf ist. Auch die Equation kommt aus dem professionellen Bereich und sollte ein sehr, sehr sauberes, gutes Bild liefern. Sie ist scharf, dennoch nicht ganz so scharf wie die Dahua Kamera. Kann ich Ihnen nochmal zeigen, hier zum Vergleich. Hier sehr, sehr gut zu erkennen. Dann machen wir einmal weiter mit den Zoom-Faktoren. Zu der C-Tronic komme ich gleich. Hier sieht man auch das Bild, die ist eine günstigere Kamera. Dementsprechend ist die Bildqualität nicht so hoch. So, testen wir das jetzt alles einfach mal aus. Jetzt zoomen wir mal raus und gucken, wie die Zoom-Funktion ist. So, okay. Wie man sehen kann, relativ schnell, aber es hapert und stockt ein bisschen. Also, die Zoom-Funktion ist nicht ganz flüssig. Jetzt gehen wir einmal zurück. Jetzt erhöhe ich mal ein bisschen die Geschwindigkeit. So, okay. Dann gehen wir einmal nach unten und schauen, wie weit die nach unten geht. Ja, das ist ausreichend. Einmal nach oben. Okay, vom Standbild her geht die gar nicht weiter hoch. Wie ihr sehen könnt, ist die Web-Oberfläche relativ einfach gehalten. Man hat einen Klick und hier hat man schon die ganzen Einstellungsmöglichkeiten. Ja, das sieht doch alles ganz gut aus. Ja, also ist sehr einfach gehalten. Kann man jetzt nicht viel dazu sagen. Dann machen wir jetzt einmal weiter mit der nächsten Kamera und zwar mit der hohen Kamera. Hier werden wir auch einmal komplett rauszoomen. Das sieht alles schon etwas flüssiger aus. Jetzt gehen wir mal nach rechts. Ja, auch hier sehr sauber. Wir haben kein Stocken. Einmal nach unten. Jetzt habe ich die Geschwindigkeit auf ganz hoch gemacht. Also, die kann man auch tatsächlich nach unten, unten, nach oben. Entschuldigt unser Kabelsalat. Genau, dann gehen wir jetzt einmal wieder auf die Ausgangsposition. So, das funktioniert doch alles sehr gut. Hier haben wir dann die Einstellungsmöglichkeit. Das ist natürlich aus dem professionellen Bereich. Dementsprechend kann man wahrscheinlich auch mehr einstellen. Hier kann man die Bildqualität ändern. Codierung. Wenn ich dann was anderes haben möchte, geht man dann oben rechts. Da kann man dann alle Einstellungen finden. Finde ich auch sehr einfach gehalten. Und oben habt ihr eine Leiste. Und das, was ihr aufgemacht habt, da könnt ihr dann immer durchklicken. Also, finde ich im Großen und Ganzen sehr, sehr gut. Dann gehen wir mal auf die Equation-Kamera. Hier zoomen wir jetzt auch gleich einmal raus. So, das Ganze funktioniert auch relativ flüssig. Auch hier relativ schnell. Jetzt schauen wir einmal, wie weit man hier hochgehen kann. Oh, hier kann man auch sehr weit hochgehen. Und auch nach unten. Nee, nach unten kann man tatsächlich nicht weiter. Die geht zwar weit nach oben, aber nicht weit nach unten. So. Dann gucken wir uns mal hier die Konfiguration an. Auch hier sehr sauber, sehr einfach gehalten. Ähnlich wie bei Dahua. Hier hat man dann alles auf einem Blick. Gucken wir mal durch. Ja. Also, muss man sagen, das erfüllt definitiv den professionellen System. Gehen wir mal auf die C-Tronic. Ja. Hier ist alles so ein bisschen in Zeitlupe. Machen wir hier alles mal ein bisschen schneller. Ja. Auch hier das schnellste ist so ein bisschen Schlafmodus. Ja. Es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz alte Seite, finde ich. Also, die sind noch sehr alt gehalten. Sehr, sehr einfach gehalten. Ja. Für das Budget kann man jetzt auch nicht viel erwarten. Ich sage es mal so. Es ist ausreichend. Genau. Wir sind schon am Ende angelangt. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst doch gerne einen Daumen hoch oder einen Kommi da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Tschüss.